Zunächst einmal gilt es gegen das negative Image des Bankbeamten anzugehen und dabei die interessanten Jobs, die es zweifelsfrei in Genossenschaftsbanken auch gibt, aktiv zu kommunizieren. Dazu gehört dann auch ein aktives Hochschulmarketing, nämlich im Kampf um die Talente dort präsent zu sein. Und das Ganze natürlich in Social Media, in den entsprechenden Kanälen, in denen eben die junge Generation unterwegs ist, auch zu adressieren. Ganz klar werden das die Unternehmen sein, die einen Purpose zu bieten haben, nämlich einen Sinn in der Arbeit. Zweitens werden das Unternehmen sein, die eine moderne Arbeitswelt im Angebot haben. Und zum Dritten werden das die Unternehmen sein, die daraus folgernd natürlich ein gutes Personalmarketing und Recruiting stattfinden lassen. Ja, durchaus. Aufgrund der Pandemie gibt es natürlich neue Rahmenbedingungen, in denen sich Führung bewegt. Das ist der eine Punkt, aus dem könnte ein Nachholbedarf an Weiterbildung entstehen. Und der andere Punkt ist, dass wie im Spitzensport normalerweise Spitzenmanager, Spitzenführungskräfte regelmäßig trainieren, um eben einen größtmöglichen Erfolg zu erzielen.